Willkommen zurück zu Killer is Dead. Wir sind hier in der finalen Schlacht gegen David Zappa, oder wie der auf jeden Fall heißt. Auf jeden Fall, wie es später rauskommt, unser Brüderlein, Brüderchen, Brüderlein, dessen Plan eigentlich war, dass wir zusammen über die Welt irgendwie regieren oder den Mond regieren, irgendwie sowas war das. Das war ein ganz, ganz eigenartiger Plan. Und jetzt kämpfen wir auf jeden Fall gegen David, damit das nicht passiert. Das wäre nämlich ziemlich doof. Und jetzt sind wir hier in dieser wunderschönen Residenz auf den Mond. Und hier habe ich, glaube ich, das erste Mal ziemlich bei den ersten Parts, wo ich hier noch nicht die Waffe hatte, damit ich mich durchbohren kann. Das ist echt eine der wenigsten, wo man den Bohrer braucht. Deshalb bauen wir uns. Erstmal bohren, genau. Moment, das war... So, genau. Oder? Moment. Ich bin verwirrt. So, okay. Bohren wir uns. Ich brauche zum Bohren Blut. Toll. Sehr, sehr, sehr gut. Hier ist noch irgendein random Gegner, der erscheinen könnte. Oder auch nicht? Ach, Mano. Wenn ich jetzt hier weiter, kann ich hier... Geht es hier weiter oder hier weiter? Ah, sehr schön, was wir hier sind. Der richtige Weg und ein optionaler Weg geht uns jetzt auf jeden Fall auf und auf. Gegenern, die ordentlich aufs Mal wollen. Oder? hallo es rumpelt aber es ist keiner da wir können trotzdem ein bisschen blühen das schon was sehr schön lieber nicht drum ballern das kostet ja auch blut müsste aber viel freig kommen jetzt den motor anzuschmeißen von meiner bohrmaschine oder und reingebohrt wendig sehen ich sehe nix wo kommst du denn hier da war mir das auf den glänzenden raum so ein kleines auge schießt eisen aktivieren ich krieg gar nichts mehr mit da seid ihr geschießt bringt ja viel ohne blut ja ich muss mich besser aufladen mit dem bisschen des guten roten tropfens so sayonara wieder einer kommen denn die ganze augenäpfel hier so da wird ein bisschen geöffnet wo kommst du denn her das ist ja fast ins auge gegangen ich sehe nichts ich habe gerade so viele augen ich glaube die beschwerst du so bis du gut aussiehst oder wenn ich dich zeige smasher und ausweichen so ok jetzt ist der ruhe im puff so dann müsste ich eigentlich eine hier nichts hier vielleicht auch nicht dann habe ich sie vielleicht doch schon abgeholt wir waren nicht wo uns im ersten mal hier reingehen konnte eine links versteckte ich weiß nie ihre norm da wirst du nicht meine ok trotzdem gut aufgehalten alles ist wunderbar ist hier nichts mehr versteckt komme ich hier noch weiter ne gut dann war es das hier schon ist das irgendwie zerstörbar ich weiß nicht ne da geht noch der Deckel zu ok dann gehen wir mal wieder den richtigen weg entlang so und da ist schon der Gegner sehr schön jetzt muss es ein bisschen langweilig im Moment aber noch einer aber jetzt war einer mit den mit einem sehr guten Schild wenn man so gut ein paar Wien kann noch einer mit Schild aber die gibt es ja auf Gangsten herum das ist am allerbesten so hier sind noch einer ich hoffe nicht ne wieder mal das beste Build ever ausreichen ok seid ihr noch zu zweit oder zu dritt einmal du Kollege Nase bei der Ängsten heraus ist es so gut da kommen so wieder aus weil ich konnte auch so den Überblick bei dem Himmel zu dieser grandiosen Kameraperspektive aber da bist du da bist du Schild down und du bist down her damit so 350 wollen noch was ne nur ein Schaden 350 heißt ich kann mir jetzt endlich mal eine High Mobility Level 2 leisten damit wir ein bisschen flotter nach vorne rollen können ja damit ist das merklich schneller ok vielleicht ein paar Millisekunden geht aber auch ziemlich ab gut 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 ist noch irgendwas zu sch- was ist das denn eeeh sieht ja ekelhaft aus wie Schimmel ist hier noch was wahrscheinlich jo das ist noch was ah gut ah gut oh gut oh gut bums du hast so viele Schilder jetzt lieber wieder nix das ist auch sehr schön einfach mal in die Menge reinhauen alle Schilder sind down mal ein bisschen rumkreiseln aber das wäre ich nicht du willst ja auf die Rippen hauen ausreichen so dann ein bisschen rumballern irgendwie klappt das schon boom wo ist weg ich sehe nix halt ein bisschen durchbauen vielleicht bringt das irgendwas bei den Schild habe ich noch nie getestet aber ich glaube nicht oder ah doch geht auch gut zu wissen vorsichtig das ist echt ziemlich cool mit denen mit den Waffen denn da kann man echt direkt einsetzen einschätzen wann sie angreifen bisschen früsen so da ist was mit dir und das war's das war's mit erstmal treffen mit dir sayonara headshot das wollte ich schon so machen ich habe es immer vergessen aber jetzt ging es ja dann wird zeitblüßig angehalten wenn man so fixiert so jetzt nix mehr nö gut dann geht es weiter weiter im Bild welcher David will er dadurch durch die Tür gehen natürlich geht jeder durch das Bild hier rein hier jetzt kommen wir schon David immer näher und mehr ach und einer von den Leuten auch schön das liebe ich ja und auch noch eine von denen das sind echt zwei meiner absoluten Lieblings gehen auf einen Fels das ist auch sehr schön und diese Black Dingens Kirchen sind auch da wunderbar gut dann erstmal die anderen ungebietene Gäste auswecheln 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 das war knapp ja nicht ganz knapp aber ein bisschen ein sammeln und so erstmal der kleine Wutz so Mika äh Mika sag ich schon gut weißt du nochmal ich denke sie wird jetzt im Kampf nicht dabei sein oder ich werde noch gar nicht dabei was das für ein komisches Zeug ok dann ich bin fast schon down das sehe ich jetzt erst so vorsichtig Flut aufladen das wäre doch das Outlook gar nicht mal so das fünnste gewesen aber hat das noch eins auch nicht ok dann ähm war ihr beide ich bin jetzt eh schon ein bisschen geschwächt das wird bei den ersten gehen da ist der große Kollege später dran wenn ich mal dran kommen würde nein ja ja so jetzt aber ne da bist du da bist du jetzt noch dein dicke da fang mich doch fang mich doch und bringt ziemlich viel das war schön das war schön das hat doch nicht mehr so viel Energie das heißt das ist fast schon dauern wenn ich nicht so austeilen würde er mit der Energie mit mit das ist noch ein Luftzug sehr schön und da fühlt ja der Kopf ab die g dicke zirkste ausdruck ist das süß wunderbar ein bisschen headball spielen als fútbol Gut, dann geht's hier weiter Was reingerannt Gut, jetzt gehen hier die Tür zu den komischen Ach, gib mir diese Bitches Ich hab doch mal ein Bild oder sowas Immer muss ich, wenn ich hab noch Familiäres zu erledigen Ist noch irgendwas? Ne Aber schön viel Blut Blut tut gut Und ist gut für den Blutkreislauf Wann der ist das denn hier? Aber wieder solcher Sniper Der will ich auch ziemlich gern Jetzt kommen echt alle Gegner mit dem Rohr auch sehr schön Ist ein bisschen Abwärtsung dabei Jetzt haben wir wieder mal nichts Diese wunderbare Kamera Führung 2-2-1, okay Großer Raum Kein Gegner, okay Passiert hier nichts? Okay, warum nicht? Passiert mir gar nichts? Hier vielleicht? Ah, die Eingrungshalle Und jetzt gebe ich alles ab Was ich nicht? Das sind verdammt Ah, gewisse Die Typen da Wo heißen die eigentlich? Ah, da gebe ich dir so viel ab So Da kann man so schön ausweichen Bei denen sind wir nicht so verdampft dran Das ist ein bisschen schwieriger Wie bei den anderen So Du bist da Das ist dick Gerade überall sind dick gefahren Das darf doch nicht wahr sein Ich denke, das ist noch die Ruhe vor dem Sturm Ich denke, der Fight gegen David selbst wird ziemlich krass werden Ich weiß nicht, ob er auf den Kindergeburtstag Ich denke, dass die Grußen die klein bisschen beschweren werden Ich kann bis sofort Das geht ins Auge Und Und das auch Aufladen, aufladen Ausweichen, ausweichen Das kann ich noch viel besser ausweichen Ich bin jetzt ein bisschen flotter wieder vor So, 5 Minuten Zeit Das geht noch Ich denke, du bist schwer, als sie konnte sein Hm Jetzt auf jeden Fall nicht mehr Oh, hab ich schon gesehen Hast du mich erschreckt? Und Das war's Hier ist dann wahrscheinlich schon Die finale Schlacht Das heißt Entweder bist du hier Oder hier Wo ist die denn? Gucken wir nochmal ein bisschen kurz um Zur Sicherheit Wo ist denn Scarlett? Agnes und Scarlett heißt die gute Dame Kann ich irgendwas gucken oder so? Ne, aber denke ich Hier wird dann die Finale Schlacht mal wieder sein Wie schon Bei unserem ersten Besuch hier auf den Mond Ist auch nichts, ne? Was ist das denn für ein komisches Zeichen? Trauriger Löwe Okay Okay, okay, okay Dann denke ich mir, dass wir jetzt in die Part noch den Finale Kampf starten werden Jetzt mal aufladen Das ist immer gut Wir haben noch ein bisschen Energie Hier sind noch ein paar Ne Und die letzte Chance Auch nicht Okay, dann Gehen wir mal Zu unserem Bruder David Okay Wird schon schief gehen Oh mein Gott Werden wir jetzt ein Lieblingsgegner? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Er hat keine Begrüßung wahrscheinlich Er weiß schon, was ich mag Beim Brüderchen Ich denke, der Ball hat noch einer Auf mich kann das sein Aber noch ein Sniper hier Ne, sehe ich nicht Gut Er hat mich gerade noch geführt Eieieiei 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 So, jetzt aber Und Weg mit dir 363 So, am Ende noch 40 und 61 Eieieiei Eieieiei Ich bin ja fast schon imber Es geht fast alles aus Charge Cannon Plus Gut Dann würde ich mal sagen Ich Verbessere mal Vielleicht kaufe ich mir mal Freeshooter Ne, bringt das zu viel? Ich weiß nicht, ob das so anfällig ist Gegenüber Den etwas lähmenden Beziehungsweise langsam machenderen Eisschießer Piercing Kartan wird wahrscheinlich nichts bringen Das ist einfach nur so eine Normale Standardattacke Spiral Finish Weiß ich nicht Counter Smash Wird nur bei einem kleinen Gegner sein Counter Shoot Wenn ich beschossen werde Drill Plus Reshoot dann Neo Oder Ich denke ich mach mal Gecko Neo Was dann passiert Und Gecko Extrem Okay dann Machen wir jetzt mal den nächsten Plotten Dann machen wir mal Ein wahnsinnig spannendes Ende Wow Cool Kann man richtig richtig einen Cut machen Mal was ganz neu ist Nicht so viele Cuts Machen mal Was spannend ist Wird dann der ganze Kampf gegen David Im nächsten Fall starten Das wär mal cool Aber jetzt mal Den großen Kollegen hier platt machen So schön ausweichen Aber die Möglichkeit sind wir vom Luftzug seiner Zacke So ein bisschen nach oben behauen Au Bams Right in your dick So Hier noch ein bisschen Ah Ich hasse die Ich werde irgendwie schon Gut Jetzt hat sich die Rüstung da Und jetzt fast schon nackig Ach ja die Goldrüstung von Dings Und jetzt seh ich's erst Das ist aber so ein bisschen stärker Wie sonst Jetzt eine Goldrüstung Wie unser Brüderchen dann So ein schön Moment Das muss ich gerade angucken Hat den Hat den goldenen String an Das ist so fertig Ist ja krass Ausweichen Aufladen Ausweichen Besten diese Reihenfolge Und Ab mit dem Kopf Kommt noch irgendwas Noch einer Sehr schön Gut die machen wir noch platt Ja auch schon eine schöne Goldbegeierung Und Voll auf den Popo Hast du davon So die noch ein bisschen abgebrochen Und Da noch Und In den Schritt In den Schritt gehauen Jetzt hätten wir das Viel einfacher Geh im ersten Mal Bam Ausweichen Aufladen Angreifen Ausweichen Angreifen In den Sack hauen David Dabit 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 Loser Loserio Wondo Nebkina Zemaranものを大量に切らせたのは誰だ Das war's für heute. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Diese Kirchen ist... Ich habe mich daran gedacht. Was ist das? Du hast schon immer gesagt, dass du schon mal gesagt hast. Okay, Gott, ich bin gerade so, gehe erst nochmal, was ich auch noch machen wollte, 360, das heißt, ich kann fast alles besser auf diese zwei Sachen nochmal aufpumpen, für den Final Fight, auch übrigens Outdoor Cure, aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder nicht, dann, oder kaufe ich es, ich kaufe es mal, mal gucken, was das bringt, so, habe ich das auch, okay, dann machen wir im nächsten Part den letzten Kampf gegen meinen Bruder David, mit seinen ganz komischen goldenen String-Outfit, wo immer den Arsch in die Kamera hält, wenn man den, der seinen riesigen Sack sieht, what the fuck, aber okay, das ist wahrscheinlich für die Ladies, ich finde es komisch, aber, naja, gut, dann wie gesagt, geht es weiter mit dem Final Kampf im nächsten Part, wo wir dann David interviewt den Platt machen und das Ende dieser relativ eigenartigen Story miterleben, Also danke für das Zugucken, freut euch auf den nächsten Part der finalen Schlacht und bis zum nächsten Mal, ciao!